Servus, grüß euch! Du ist die Lisa aus der Hohenhaus-Tänne. Wie ihr alle wisst, haben wir jetzt zum Saisonschluss noch ein mega cooles Highlight für euch. Und zwar ist der erste Smago Award Österreich und Südtirol hier bei uns in der Tänne. Wir freuen uns schon wahnsinnig und wir verlosen 2x2 Tickets für euch. Du bist interessiert und willst dein Lämmer? Dann schick uns bitte eine E-Mail mit dem betreffend Smago Gewinnspiel und erzähl uns, warum genau du die Karten willst. Die Verlosung ist am Sonntag um 12 Uhr und unsere Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück, viel Spaß, bis bald!